Neue Liebe, neues Glück? So läuft es, wenn Du Deiner Bestimmung in die Arme läufst. Wie praktisch wäre es, wenn Menschen mit einer Inhaltsangabe des Weges kämen? Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen und Empfehlungen zu jeder einzelnen Person, die wir treffen, würden uns jede Menge Ärger ersparen. Besonders in Sachen Liebe sind die Dinge oft alles andere als glasklar. Wir treffen jemanden, verlieben uns und sind Hals über Kopf schon unterwegs Richtung Zukunft. Doch sind wir es allein oder zu zweit? Woran erkennen wir, dass dieser wundervolle, neue Jemand unsere Bestimmung ist? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir heute für Dich ein paar unmissverständliche Zeichen zusammengetragen, mit denen das Universum Dir signalisiert, dass Du Deinen Lebensmenschen getroffen hast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Du kannst einfach nicht aufhören, an ihn zu denken. Dieser Hinweis allein wäre vermutlich zu wenig. Schließlich denken wir, sobald wir verliebt sind, an nichts und niemand anderen mehr. Aber trotzdem zeigt Dir das Universum damit klar und deutlich, dass diese Person, die Dein Denken beherrscht, auch einen Platz in Deinem Leben verdient. Nummer 2. Es fühlt sich an, als kennt Ihr Euch schon ewig. Menschen, die füreinander bestimmt sind, erkennen sich sofort. Die spirituelle Welt ist überzeugt davon, dass sich ihre beiden Seelen wiedererkennen. Vielleicht sogar aus einem früheren Leben. Wenn das Kennenlernen sich leicht und unbeschwert gestaltet, ist das ein gutes Zeichen. Nummer 3. Ihr habt unglaublich viel gemeinsam. Das Sprichwort, gleich und gleich gesellt sich gern, trifft auch auf Seelenmenschen zu. So prinkelnd und abwechslungsreich anziehende Gegensätze aus Seinmögen. Alltagstauglich sind sie meistens nicht. Ist eine Liebe, die vorherbestimmt, wird sie immer in Gestalt eines Menschen in Dein Leben treten, der Dir sehr innig ist. Nummer 4. Ausnahmsweise scheust Du kein Risiko. Ein interessantes Indiz dafür, dass Du endlich Deinen Lebensmenschen getroffen hast, ist der eigene Mut zum Risiko. Selbst Menschen, die extrem vorsichtig und scheu durchs Leben gehen, zeigen plötzlich ungeahnte Mutausbrüche, wenn es um die Liebe geht. Stellst Du im Rahmen einer neuen Beziehung fest, dass Du Dich wesentlich mehr traust als bisher, haben höhere Mächte die Finger im Spiel. Du weißt ja, wer liebt den wachsenden Flügel. Nummer 5. Glücksgefühle überwältigen Dich. Vertraue unbedingt Deinem Gefühlsleben, wenn es um die Liebe geht. Sie wird mit dem Verstand niemals zu ergründen sein. Schafft eine neue Flamme es, Dich ständig in Hochgefühle und Euphorie zu versetzen, und das vielleicht schon bei dem bloßen Gedanken an sie, bist Du hier richtig. Unsere Intuition weiß über solche Dinge schneller und verlässlicher Bescheid als der Rest von uns. Nummer 6. Das Single-Leben wäre okay für Dich. Wenn das Universum sich zu einem Trip hinreißen diese, wann es dann endlich soweit ist mit der großen Liebe, er würde lauten, dann, wenn Du sie nicht mehr brauchst. Ab dem Zeitpunkt, wo es bis ans Ende Deiner Tage okay für Dich wäre, allein durchs Leben zu wandern, bist Du bereit für Deinen Seelenpartner. Nummer 7. Dein gesamtes Umfeld ist auf Liebe eingestellt. Die Zeichensprache des Universums ist eine deutliche, wenn man seine Augen nicht davor verschließt. Bist Du verliebt und alles um Dich herum ist ebenfalls ein einziger Liebestraum, dann liegst Du goldrichtig. Du siehst nur mehr verliebte Pärchen, wohin das Auge reicht, und Herzen und Liebeslieder verfolgen Dich auf Schritt und Tritt. Nummer 8. Ihr lauft Euch ständig über den Weg. Manchmal müssen wir Menschen auch mit ein wenig Gewalt in die richtige Richtung buxiert werden. Das Schicksal sorgt dann dafür, dass wir unsere Lebensmenschen ständig überall treffen. Wir rennen regelrecht in sie oder ihnen hinein, damit wir die Botschaft möglichst deutlich vor Augen geführt bekommen. Häufen sich solche Zufallstreffen, kannst Du davon ausgehen, dass das garantiert kein Zufall ist. Nummer 9. Deine Träume zeigen dir, Zu schön, um aufzuwachen, sind Träume, die von Liebe und Romantik erzählen. Dein Unterbewusstsein spricht im Traum zu Dir und es sagt Dir, im Gegensatz zu Deinem Bewusstsein, stets die Wahrheit. Das Unbewusste ist sozusagen ein Best-of Deiner Erfahrungen, Wahrnehmungen, Wünsche und Visionen. Hier zeigt Dir jemand im Traum, wie all diese Begehrlichkeiten in Menschengestalt aussehen könnten. Nummer 10. Dieselben Ziffern und Zahlenkombinationen begegnen Dir laufend. Wenn Du von bestimmten Zahlen regelrecht verfolgt wirst, spricht auch aus diesem mathematischen Zufallstreffer das Universum. Du hast es mit einer Mischung aus Engelzahlen und Synchronicitäten zu tun. Und beides sind wichtige Nachrichtentools, die nur die oberste Chefetage benutzt. Nummer 11. Du hast ein ausnehmend gutes Gefühl dabei. Vertrau in allen Lebenslagen unbedingt auf Dein Bauchgefühl. Sobald Du es mit Menschen zu tun hast, wird es Dir flüstern, ob diese Person gut oder schlecht für Dich ist. In Liebesdingen gilt das umso mehr. Unser heutiges Fazit. Das Universum arbeitet liebend gern mit Zeichen. Du musst nur nach ihnen Ausschau halten. Wenn Du frisch verliebt bist, kann es schnell passieren, dass Du den Überblick über den Ist-Zustand Deines aktuellen Lebens verlierst. Alles dreht sich nur mehr um diesen einen Menschen, dem unser Herz und jeder Einzelne unserer Gedanken gehört. Schnell übersieht man dabei, dass man vielleicht doch noch nicht am Ende der Suche angekommen ist. Wenn Du aber endlich Deinem Dir zugedachten Seelenpartner begegnet bist, kann Dich nichts mehr aufhalten. Das Universum ist auf Deiner Seite und schickt Zeichen ohne Ende, damit Du Dir Deiner Sache sicher sein kannst. Dein Bauchgefühl wird jubilieren und Engelzahlen tauchen ständig überall auf. Alles in Deinem Umfeld ist auf Liebe eingestimmt und sogar Deine Träume haben nur diese eine Botschaft für Dich. Lauft Ihr Euch dann auch noch ständig über den Weg und entdeckt unendlich viele Gemeinsamkeiten, kann fast nichts mehr schief gehen. Euer Zusammensein wird sich anfühlen, als ob Ihr Euch schon ewig kennt. Du wirst völlig neue Seiten an Dir entdecken, beweist Mut und Risiko und wirst zeitgleich von berauschenden Glücksgefühlen durchströmt. Interessanterweise kann es sein, dass diese wundervolle Kette von Ereignissen ausgerechnet dann in Dein Leben tritt, wenn Du Dich mit Deinem Singledasein eigentlich schon angefreundet hast. Die Liebe will eben nicht auf Verzweiflung wachsen müssen. Sie liebt es, einfach nur begehrt und erwünscht zu sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!